Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Michael ist nach einem Part Abstinenz wieder dabei. Ja, muss ja, muss ja. Muss ja und ich hab hier Offscreen mal ein bisschen aufgeräumt, ja. Ja. Und muss mir jetzt erstmal wieder Inventar zusammensammeln, weil ich mein letztes Inventar mit rausgeräumt hab. Ähm, boah, kaputte Schwerter haben wir ohne Ende hier drin. Ja. So und ich hab hier gerade von Michael noch ein bisschen Clem gekriegt. Clem, ja, Clem, das ist, das wird ein neuer Trend. Ja, ich würde ich sagen. In der Minecraft-Szene. So, klatschen wir das Zeug nochmal hier rein. Wir brauchen gleich ohne Ende, beziehungsweise ja, nicht gleich, äh, für mein Haus, was ich bauen will, ne. Ja. Wir brauchen ohne Ende. Für dein Haus. Ja, für mein Haus. Für sein Haus und er bezieht mich nicht mit ein. Ja, du kannst ihn in den Keller ziehen oder so. Nee, danke. Wo bist du hin? Äh, ich bin auf der Suche. Nur ein bisschen laufen. Jo, ich sammle jetzt. Ich kehre gleich zurück. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als wir diesen Unterschlupf hier gebaut haben? Jo. Diesen anderen da in diesem Berg, dieser Notunterschlupf. Ja, den kenne ich. Den habe ich letztens nochmal gesehen, ja. Da war doch dieses eine Schwein, ne? Das kann sein, ja. Das Schwein sitzt da immer noch. Echt? Das sitzt immer noch auf dieser selben verdammten Stelle und bewegt sich keinen Zentimeter. Ja, so muss das sein. So. Ich klatsche hier mal eben das Zeug zusammen. Boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich alles mitnehmen soll. Das ist übel. So. Aber Glowstone haben wir jetzt schon mal einiges zusammen. Das ist schon mal günstig. Ähm. Ja, komm hier runter. Komm. Mit wem redest du da, Michael? Mit den Hunden? Achso, mit dem Schwein. Mit dem Schwein. Ach, dann stirb jetzt auch einfach. Komm, ist mir jetzt all egal. So. Ähm, ja genau. Ich muss jetzt noch die Dings fertig bauen. Genau, ja. Ja, ja. Irgendwie ist hier auch irgendwie die Textur von den Schwertern, die ich habe, ist auch anders wie die auf dem Server noch, auf dem ich spiele. Echt? Also, irgendwie ist das auch, ich weiß nicht, liegt vielleicht nicht unbedingt nur am Textur Pex, sondern auch an irgendwelchen Server Plugins oder was weiß ich. Ja, das ist mysteriös. Oh, jetzt hätte ich direkt noch ein bisschen Zeugs mitnehmen können. So ein paar Setzlinge, weißt du, die wären jetzt auch nicht schlecht. So für das, äh, ein bisschen Kohle abgebaut. Birkenholz. Bist du da hinten? Ah, ich glaube, ich weiß auch, wo das ist, da hinten irgendwo oder so. Ah, ja. Oh, geh die Schaufe mal. Aber ich hoffe mal, du findest zurück, ne? Ja, ja, ich finde schon zurück. Ja, das weiß man bei dir nie so genau. Äh, das Schwein hat, das Schwein hat drei, äh, hier rohes Schweinfleisch. Rohes Schweinfleisch. Rohes Schweinfleisch. Rohes Schweinfleisch. Schweinfleisch, so, so, ja, 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 ja. Ich werde Fleisch. So, ist ein bisschen ungünstig. Ich habe kein, scheiße, ich habe kein Essen dabei. Ich habe ein Brot. Ja, wir haben einige Brote im Kühlschrank. Ach, nicht im Kühlschrank. In den Truhen. Aber, müsste man halt mitnehmen, ne? Hm. So, hier hinten sind. Ja, gut, Schweine will ich jetzt nicht unbedingt schlafen. Wieso ist diese Tür hier auf? Jetzt ist sie zu. Hier ist Lava und Eisen. Wo? Bei mir hier. Egal. Brauchen wir nicht. Komm mal zu mir. Wo bist denn du? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Aber ich glaube, hier warst du auch schon mal. Du hältst mich schwer vom Arbeiten ab, Michael. Also, ich bin gerade an der großen, freien Fläche. Hier ist aber... Hier ist aber viel... Okay. Hier ist eine Höhle. Oh, nee. Aber wieder eine richtige Höhle. Abgelehnt. Ähm... Hier warst du aber auch schon. Ach so, ja gut, dann. Es steht hier ein Turm aus Erde. Hast du oder ich gebaut? Den baue ich gerade. Ach so. Mal gucken. Auch mit so einem hässlichen Pilz oben drauf. Ja, aber ich quasi. Also, hier... Damit man auf jeden Fall merkt, das kann nicht natürlich generiert worden sein. Oh, sag das nicht. Zur Zeit der Alpha war alles denkbar. Ja. Ihr musst doch noch richtig aufpassen, wo du hintrittst. Mhm. Weil du sonst direkt richtig... Alter. Alter, nein. Warten jetzt. Das... Da müssen wir... Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Bloß nicht. Doch, das Ding ist wahnsinnig riesig. Ich muss mal irgendwas ausprobieren. Das geht doch, oder? Okay, da in die Richtung ist... Was sagst du zu Sonnenboden, Michael? Komm mal eben hier hin. Äh, ich bin ganz weit weg. Ja, wenn du zurückkommst. Alter, sieht das hier geil aus. Diese Berge. Also, ähm... Da hoffe ich, dass wir hier vielleicht... Weil hier ist so... Es ist wirklich so ein Klippengebiet. Wie in so einer Küste ist das hier. Und überall ist Wasser. Und boah, es sieht einfach geil aus. Und ich hab ein Schaf gefunden. Ach du Scheiße. Ein Schaf. Und eine Höhle, in der mir schon ein Creeper entgegenkommt. Ja, ist doch super, ne? Fängt doch gut an. Kommt her. Ja, kommt. Kommt, 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 kommt. Dutzi, dutzi, dutzi. Boah, wir werden mit dem... Wir kriegen hier nie was Gescheites zusammen, was funktioniert, glaub ich. Wenn alles so läuft, wie ich das will, komm ich gleich mit fünf oder sechs Schafen zurück. Ja, wir haben aber noch keine... Noch keinen Platz dafür. Warte mal. Ist doch egal. Warte, man hat, das hat man. Warte, ich bereite jetzt mal hier alles vor, ne? Da so Gras... So ein... So ein... Einfach nur, ja, oder so ein Stall einfach aufsache. Ja, ja. Muss ich nur genug Gras, äh, Erde für haben. Kommst du her? Jawohl. Du kannst, wenn du Glück hast, noch ein bisschen Küchen mitbringen. Uh, da war ein Creeper. Nein, der kommt raus, der kommt zu mir, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Nein, der kommt nicht zu mir. Äh, ja. Was? So. Ich hoffe jetzt, dass die... Ich tue die jetzt mal hier an einer Stelle ins Wasser. Wir hoffen, dass die da nicht allzu weit... auseinander wieder laufen. Ach, was brauche ich denn hier? Denn ich habe da hinten wirklich eine Kugel gesehen. Oh. Ja, die müssen wir mitnehmen. Eigentlich bräuchten wir zwei Küchen, ne? Mit einer kommen wir auch nicht so wirklich weit. Ey, du Schaf. Nein! Ah, du bist doch doof, ey. Ganz ehrlich. Ah, jetzt auf einmal. Was hat es gemacht? Es ist einfach abgehauen, obwohl ich das Weizen in der Hand hatte. Das Weizen in der Hand hattest. Das Weizen? Ja, ja. Das Klang kam hier bei mir so an wie Weiße. Ich komme jetzt mit den Schafen zurück, weil die, ich weiß nicht, verlieren die auch die Attraktivität... Die Attraktivität am Weizen, wenn du den zu lange vor die Nase hältst. Ja, ich weiß. Da ist ein Creeper, Creeper, Creeper. Schlampe. Stirb. Stirb. Weg. Tod. So, was wollte ich jetzt eigentlich hier machen? Ähm. Michael, du bringst mich echt aus dem Konzept. Ähm. Keller, genau. Wann kommst du denn mit deinen Schafen? Ich, ähm, bin gerade noch am, warum tüfteln? Wie ich die... Wie kommt denn bitte der Zombie in die Hütte hier rein? Was zur Hölle? Ich bin entsetzt. Michael, äh, wie baut man eigentlich ein Tor? Ein Zauntor? Ja. Äh, warte, warte, warte. Link und rechte Spalte, glaube ich, Sticks und dann Holzplanken in die Mitte. Oder so. Oder so. Okay, dann probiere ich das aus. Das ist schon so lange her, dass ich das mal gebaut habe, so ein Teil. Kommt, meine Schafe, kommt. Ach, komm, ihr könnt doch wenigstens so provisorische Treppen laufen, oder? Ja, die können wenigstens so tun, als würden sie wollen. Oh, jetzt wird's doch auch noch... Boah. Tja, so ist das, Michael, so ist das. Okay, ich mach gleich nochmal einen zweiten Run. Run. Run for the sheep. Boah, leck. Das andere Schaf hat mich auch gesehen. Jawohl. Kommt mit. Alle da? Oh, 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 oh. Wollen sie nicht? Ey, kannst du dich ganz schnell ins Bett legen. Ja, Moment, Moment, ich renne. Beeile dich. Ich eile, ich eile. Weil ich müsste jetzt mit den Schafen durch die Bäume und... Also durch den Wald. Boah. Da tötet mich ja dann alles. Ja. Das könnte passieren. So. Boah, guckt euch das an, was hier für eine Anzeige steht. Leute, 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 es ist ja... So. Gut. Ja, dann kann ich jetzt... Oh, oh, das Skelett. Aha. Ja, pass bloß auf, dass sie die Schafe nicht wegsterben. Ja, danke, dass du dir Sorgen um mich machst. Gern geschehen. So. Ach, toll, jetzt hätte ich... Echt, nee. Heute klappt irgendwie gar nichts, ne? Alles vergesse ich drin. Nein! Was? Es hat mich gesehen. Ist ja nicht schlimm. Doch, ist es. Nee, nur wenn du stirbst. So, was brauche ich noch mal, was brauche ich noch mal. Ja. Ja, da. Die Schaufel. Alter. Wie weit bist du denn noch weg? Ja, ich versuche gerade, alle Schafe mitzukriegen. Ich habe eins verloren. Ach, nö. Eins ist... Keine Ahnung, das war... Michael, Michael, echt unglaublich. Was du dir hier leistest. Ah, ich habe es wieder gefunden. Ach so. Hier, komm. Komm her. Da. Was war denn jetzt? Oh, die laufen... Kommt her, sonst frisst sich der Zombie auf. Tja. Ich will jetzt, nenn mir so ein brennender Zombie hinterher, ne? Verdammt. Zu kurz. Egal. Alter, ey, die... Ey, sagt mal... Habt ihr es bald? Was machen sie? Also, ich kann zwei von diesen fünf Schafen einfach nicht motivieren, mir hinterherzulaufen. Ja, das passiert manchmal. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bleibe einfach eiskalt stehen, ey. Das ist halt Weizen out of range. Kann sein. Man weiß es nicht. So. Das hier ist irgendwie Mist gerade mit dem Holz hier. Das muss ich irgendwie anders machen. So. Oh nein. Naja. In den oberen Bereich kommen dann die Schafe, würde ich sagen. Und unten können wir die Kühe dann hinräumen. Ach du Scheißschaf. Nee, nicht auf dem Baum. Tja. Eifel nur dem Weizen hinterher. Oh, nice. Ist euer Herz. Tja, Michael, Leben ist kein Ponyhof, ne? Ja, auch keine Schafs... Ey. Auch keine Schafzucht, richtig. Ich könnte schwören, eben waren es noch fünf Schafe. Tja. Wo bist du denn gerade? Ähm, vom Haus etwas nach links. Ah, okay. Oh, jetzt klettert das auf den Baum. Haha. Egal, ich bringe erstmal die vier. Ich hoffe, dass die vier mir jetzt hinterherlaufen. Ja, ich hoff's auch. Egal. So. Jetzt muss ich hier... Guck, guck. Was ist? Hier ist das Weizen. Mann. Wo bist du jetzt eigentlich? Warte, ich guck mal, ob ich dich schon irgendwo sehe. Kommst du? Nö. Ja. Oh, ne. Da, 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 da. Da, da, da. Oh, ne. Eine Höhle unter dem... Oh, ne. Ich bin jetzt bei unserem Stein, ähm. Ah, sehr schön. Eins von den Schafen backt sich bei mir durch den Boden. Dann bist du ja quasi da. Quasi. Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ah, ich seh sie. Ja, komm mit, komm mit, komm mit, komm. Ja, ich... Äh, das ist... Ja, ja, ist alles andere als einfach. Oh, gib mir mal, hast du Brot dabei? Ja, brauchst du welches? Ich hab nur noch ne Keule. Hier. Ja, geht schon. Noch verreg ich nicht. Wohin wir den Viechern? Ja, mit, komm, mit, komm. Die müssen hier... Oh, die müssen hier irgendwie durch die Tür. Warte mal. Machen wir besser ne Doppelstür. Dann schaffen die schon. Ja, durch eine Tür. Ich weiß nicht so recht, ob die durch eine kommen. Ja, das Schaf... Das eine Schaf will in unser Haus direkt rein. Tja. Das will... Da können wir... Hör mal, sind das alles so Baum... Sind das alles so Baum-Schafe hier, oder? Was machen die da? Das rennt auf den Baum. Ich könnte kotzen. So, die sollen jetzt nur hier rein. Dann machen wir hier provisorisch erstmal zu. Komm, komm, komm. Ja, es ist ja schon gut, wenn es zwei sind, die mitkommen. Komm her. Du. Schaf. So, ich versuch's mal ein bisschen rein zu pushen hier. Nein. Es geht die Treppen runter. Komm her. So, das erste ist drin. Irgendwie. Das hängt im Boden auch nicht übel. So, das zweite ist auch drin. Ja, dann komm schnell raus, raus, raus. Dann machen wir jetzt hier erstmal dicht. So provisorisch, ne? So. Dann können wir unten... Kommt dann die Kuh hin, wenn wir welche haben. Ah, wir müssen aber erstmal Erde... Nein! Was, was? Ich hab hier ein Schaf. Warum? Weil ich ein Schaf hab. Dann tu's rein, schnell. Kommt hier. Nein! Die ignorieren das. Das kannst du vergessen. Das dauert jetzt erstmal wieder, bis sie merkt, dass ich Weizen in der Hand hab. Ja, schlag's doch nicht. Nein! Komm her. Ich steh dort. Komm doch. Warum schlägst du das Schaf? Lass das Schaf jetzt in Ruhe da unten. Wir haben jetzt zwei hier drin. Dann kannst du die schon mal verkuppeln. Geht nicht. Ich hab nur ein Weizen. Ja, das ist schlecht. Dann machen wir das gleich. So, zack, zack, zack. Ja, wird zwar keine riesengroße Farme, aber ich denke, für uns reicht's ja, ne? Oh, ne. Kuckuck! Ja, jetzt müssen wir nur noch hier Gras nach unten kriegen, ne? Ja, wie kriegen wir das nach unten? Warte mal. Oh, du, ey. Das Schaf. Ach, lass es doch. Ich bring's um die Ecke. Nein! Oh, ich hatte es. Bist du mir vor die Flossen gelaufen bist? Ich hätt's reingemacht. Das bringt uns aber auch nicht so viel, das eine Schaf. Alter, ich hatte den Block schon fast zerschlagen und wäre damit reingelaufen. Dann rennst du vor mir her. Nein, das hat sich festgebackt im Boden. Aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir Gras nach unten bekommen. Danach bist du vor mir her gelaufen, dann hat er es unterbrochen, dann durfte ich den Block von neu wegschlagen. Und dann hast du das Schaf weggebackt. Ne, das hat schon gebackt. Das war deine Schuld. Ich gebe dir gleich Schuld. Stirb. So, wir müssen jetzt Erde nach unten bekommen, so Gras. Ich weiß aber nicht, wie. Wie, Gras nach unten? Gras nach unten, ja. Was für Gras nach unten? Gras, die Tiere brauchen Gras. Wann brauchen die Gras? Weil die Gras brauchen, schon ewig. Ja, einfach, wie? Ja, das Gras wächst ja automatisch, ne? Ja, nee, nee, eben nicht. Doch. Nur wenn's Kontakt mit anderem Gras hat. Da, guck. Jetzt kommt's hier. Und das muss ich jetzt ein bisschen verbreiten da unten. Ja, macht's jetzt auch. So. Soll ich hier unten mit Erde auffüllen? Ja, kannst du mal machen. Ähm, wir bräuchten noch ein Dach. Bäh. Gut, aber ich würd's sagen... Oh, hier ist ein Baum. Hier ist ein Baum, der muss weg. Hier ist eine Höhle. Ja, das ist schlecht. Die lassen wir aber. Da waren wir eh schon. Ja, ich weiß. Deshalb ist es egal. So, wir werden uns aber mal erst Schluss machen. Nee. Doch. Schon? Ja. Das ist schon scheiße, ne? Wieso? Das ist mal jetzt schon der Schluss noch mit. Ja, hier. Hier backt mal eiskalt so ein Teil. Jetzt ist es weg. Ja, gut, Leute. Also, dann machen wir im nächsten Part mit dem ganzen Zeuche weiter, ne? Jo. Also, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Fuck. Ich hab ihn nur im Augenriegel gesehen. Ja, ich hab ihn auch nur kurz, knapp an mir vorbei. Ja, komm, lass mal eben reingehen und im nächsten Part. Okay, also das. Wir beenden den Part mit einem fulminanten Final. Ja. Also, Leute. Wir flicken das erstmal im nächsten Part. Ja. Also, ciao. Ciao.